Schönen guten Tag, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Rogge vom Autohaus Thormann. Wir haben diesen Weg gewählt, um Sie heute und auch in den nächsten Tagen per Videobotschaft über die aktuellen Geschehnisse im Autohaus Thormann zu informieren. Aktuell haben wir noch geöffnet und stehen Ihnen mit allen bekannten Ansprechpartnern zur Verfügung, um Sie mobil zu halten. Wir sind gut gerüstet und alle notwendigen Hygienevorschriften erfüllt, um zum Beispiel auch eine kontaktlose Fahrzeugübergabe zu gewährleisten. Rufen Sie uns einfach an. Wir holen das Fahrzeug auch von Ihnen zu Hause ab, reparieren das hier in der Werkstatt, bringen es wieder zurück. Alles individuell lösbar, lassen Sie es uns einfach nur wissen. Dazu haben wir neue Wege eingerichtet. Sie sehen hier unten eingerichtet eine Festnetznummer, wo Sie Ihre Frage stellen können und wir Sie dann an den entsprechenden Ansprechpartner vermitteln. Weiterhin im Bild sehen Sie eine extra Mobilfunknummer, unter der Sie uns erreichen können. Dort können wir per WhatsApp oder Videotelefonie in Kontakt treten und alles lösen, um die Themen, die Sie bewegen, zu bewerkstelligen. Weiterhin erreichen Sie uns natürlich auch wie gewohnt unter unserer E-Mail-Adresse Anfrage-at-motor.de Alle weiteren wichtigen Informationen sehen Sie auf unserer Homepage. Dort sehen Sie auch alle Ansprechpartner, Notfall- und Telefonnummern und Termine. Des Weiteren haben wir alle zukünftigen Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt und auch die Nachfolgetermine werden Sie auf unserer Homepage sehen können. Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook, dort halten wir Sie auf dem Laufenden. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis später.